Herzlich willkommen zum Podcast zum Thema Centering. Ich möchte diesen Podcast gerne beginnen mit einer kleinen Geschichte. Für ein großes Bauprojekt in den USA wurden sehr viele Arbeiter gebraucht. Es meldeten sich die unterschiedlichsten Leute, darunter auch eine Gruppe von Indianern. Als nun der erste Arbeitstag kam, trafen die Bauarbeiter pünktlich am Treffpunkt ein und wurden viele Meilen zur Baustelle gefahren. Sie zogen sich um und begannen ihre Arbeit. Nur die Indianer setzten sich ruhig auf eine Bank und warteten. Als der Baustellenleiter dies sah, fragte er empört, was macht ihr? Warum arbeitet ihr nicht wie die anderen? Die Indianer sahen verblüfft zuerst sich an und dann den Baustellenleiter. Meister, wir kommen doch von weit her. So sind unsere Körper zwar schon da, aber unsere Seelen sind noch nicht da. Diese bekannte Geschichte habe ich aus dem Buch von Samyad Klein, Kreative Seminarmethoden. Ja, stell dir vor, du hast die Möglichkeit, bevor du dich an einen kniffligen Lernstoff machst, deine Seele in deinem Körper ankommen zu lassen. Stell dir vor, wie es ist, wenn du mit voller Aufmerksamkeit an ein Thema herangehst. Wenn also alle deine Gedanken an anderes, zum Beispiel, wen du noch alles anrufen musst oder welche E-Mails noch im Postfach warten, wenn du die einfach außen vor lassen kannst. Stell dir vor, wie es ist, entspannt und zugleich angeregt zu sein und dann Neues zu lernen. Du spürst diese Entspannung zum Beispiel daran, dass deine Kiefermuskeln ganz locker sind und auch die Schultern nicht hochgezogen, sondern ganz entspannt sind. Und die leichte Anregung kannst du daran erkennen, dass du zum Beispiel deine Bauchmuskeln ganz leicht angespannt sind und dass du einen angenehmen geraden Rücken hast. Stell dir vor, du spürst diese Bereitschaft auf das Lernen jedes Mal. Wenn es dir so wie mir geht, nämlich, dass mir das nicht automatisch und jedes Mal vor dem Lernen gelingt, dann ist das Einschieben einer Centering-Phase der Schlüssel für einen optimalen Lernzustand. Der Begriff Centering hört sich vielleicht etwas komisch an. Er bedeutet nichts anderes als eine Phase der inneren Zentrierung oder Konzentration. Sie wirkt wie eine Schleuse zwischen dem Alltag, egal ob beruflich oder privat, und dem Lernen. Und diese Schleuse, die Centering-Phase, kann ganz unterschiedlicher Natur sein. Hauptsache, sie dient dem Ziel, einen Zustand der inneren Ruhe zu erreichen, frei von störenden Gedanken zu werden und eben auch eine innere Aktivierung zu spüren. Vielleicht machst du so etwas schon ganz automatisch und hast ein kleines Ritual entwickelt für die Aufgaben, für die du viel Konzentration brauchst. Vielleicht nimmst du dir regelmäßig vorher Zeit, einen Tee zuzubereiten und dabei zuzuschauen, wie er zieht. Oder du räumst erst einmal ein paar Minuten deinen Schreibtisch auf, bevor du startest. Oder du hast dir angewöhnt, zunächst immer etwas aus Ordnern oder so herauszusortieren und wegzuwerfen. All dies sind kleine Alltagsrituale, die man oft ganz unbewusst eingerichtet hat, einfach weil man gespürt hat, dass es gut tut. Meine Erfahrung als E-Trainerin ist, dass sich viele Teilnehmer deswegen für ein Online-Seminar entscheiden, weil ihr Alltag so vollgepackt ist und da scheint es einfacher zu sein, etwas online zu lernen, als extra für ein Seminar irgendwo hinzumüssen. Natürlich hat man beim Online-Seminar mehr Zeitflexibilität, aber der Zeitaufwand insgesamt ist mindestens genauso groß wie bei Live-Seminaren. Das heißt, dass Online-Lerneinheiten mal eben schnell irgendwo zwischendurch eingeschoben werden und dieses Mal eben dazwischen einschieben hat den Nachteil, dass man da meist nicht in einem lernförderlichen Zustand ist. Deswegen biete ich in Online-Trainings auch gerne die Möglichkeit an, ein durch mich geführtes Centering zu machen. In der Regel ist es ein Audio-File oder einfach eine schriftliche Anleitung, sodass es jederzeit und immer dann, wenn man es braucht, gemacht werden kann. Das Centering mache ich in aller Regel nur asynchron, manchmal auch nur im Webinar. Wann immer ich das bisher gemacht habe, kam das richtig gut an. Wie kann ein Centering im Online-Seminar gemacht werden? Ganz einfach. Ich biete Achtsamkeitsübungen an oder kleine Entspannungsreisen, die jederzeit gehört oder gemacht werden können. Ganz konkret bedeutet das, ich verschicke zum Beispiel zu Beginn eines neuen Moduls eine Achtsamkeitsübung als schriftliche oder akustische Anleitung, zum Beispiel die Fußmeditation, bei der man für ein paar Minuten seine volle Aufmerksamkeit auf seine Füße richtet. Zum Start des nächsten Moduls gibt es dann eine kleine Entspannungsreise, die man sich anhören kann und so weiter. Beide Übungen ermöglichen es, einem störende Gedanken beiseite zu lassen und voll und ganz in der Gegenwart zu sein. In dieser Ausbildung werdet ihr einige Beispiele für die Centering-Phase kennenlernen und ihr könnt sie dann selbst für euch ausprobieren und erleben. Und zum Abschluss kannst du jetzt gleich eine kleine Achtsamkeitsübung mitmachen. Sie dauert nur zwei bis drei Minuten und das Tolle ist, du kannst sie jederzeit und überall in deinen Alltag einbauen. Als kleinen Boxenstopp sozusagen für Entspannung und Wohlbefinden. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dort, wo du dich jetzt gerade befindest, für einen Moment die Augen zu schließen. Und wenn nicht, dann schaue einfach ganz defokussiert auf einen Punkt, also starre wie durch ihn hindurch. Wenn du sitzt, dann löse dich von der Rückenlehne. Stelle die Füße nebeneinander auf den Boden und richte deinen Rücken angenehm gerade auf. Lege dann eine Hand auf deinen Bauch. Du kannst nun beginnen, deinen Atem zu beobachten. Spüre, wie du einatmest und ausatmest in deinem ganz normalen Tempo. Spüre, wie sich deine Bauchdecke im Rhythmus des Atmens bewegt. Vielleicht nur ganz leicht. Hauptsache, sie bewegt sich ein bisschen. Hebe sie beim Einatmen an und senke sie beim Ausatmen. Fühle deine Hand auf den Bauch. Die Bewegungen, den Atemrhythmus. Noch ein paar Atemzüge. Und wenn du magst, kannst du beim nächsten Mal, wenn du es machen wirst, noch die Vorstellung hinzunehmen, dass der Einatem hell und frisch durch den ganzen Körper strömt. Und der Ausatmen alles rauslässt, was du jetzt gerade loslassen willst. Je öfter du diese Übung machst, desto größer ist die Wirkung. Ich brauche zum Beispiel nur noch meine Hand auf den Bauch zu legen und fühle sofort eine innere Ruhe und Entspannung. Vielleicht hast du ja auch Ideen für eine Centering-Methode. Dann kannst du sie gerne im Forum posten. Ich habe dazu ein Thema eröffnet. Ich wünsche dir viel innere Zentrierung und Gelassenheit für all die Aufgaben, die auf dich warten. Nicht nur hier im Kurs.